Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, willkommen zurück zu Counter-Stricken. Ich bin immer noch erkältet. Man hört es. Es sind seit der letzten Aufnahme auch gerade mal 3, 4, 5 Stunden vergangen. Ich mache hier direkt weiter. Zweite Runde, zweites Glück. Resort. Also jetzt kommt für mich eine Map, die ich nicht kenne. Das Spiel hat schon angefangen, alles klar. Und wir haben jemanden, der viel labert. Super. Wir spielen hier wieder schon Kinder, Counter-Strike, hallo? Die sind doch eigentlich immer noch bei Kot unterwegs, wech? Oh, ich habe die AK direkt weggeschossen. Ich gehe auf eigene Faust. Da ist die Bomber, weißt du, ich weiß nicht, wo die... Da ist doch mal Sinn, wech? Just Lucky war ich ja nicht so lucky. Ja, haha, uh, uh. Das war die Bombe. Doch nicht? Hinrichtung, krass. Okay, wow, das war irgendwie fast nichts an XP, uh, Increase. Oh, shit. I think I'm gonna fall down. I'm now! So, fahr die räumen mal eben auf hier, ne? Einfach campen. Warum camp ich denn nicht, Affenkind? Er macht es richtig hier, suck my Glock. Hm? Der defused die Geisel schnell! Hupp jetzt! Oh! Man trägt die dann, wie geil. Die laufen ja nicht hinterher. Crikey. Hey, yo, Geisel, hast du Angst, ha? Ha? What are you talking about? Ha, ha, ha. I'm serious, bro. I'm serious. What? Das kann ja mal gar nicht sein. Er spricht überhaupt nicht fürs Spiel. Guck mal, ich hab voll durchgeschossen und er ist einfach verletzt. Also, ich muss mir nach den Geisel umsehen, bitte. Pass auf. Der ist noch so bad. Alles cool? Alles cool? Alles cool. Fuck. Da unten kommt einer. Ich bin so fucking tight, you know? Okay, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Oh shit, Leute, er ist eine Arbe. Hinterher ist schön. Oh, schuss. Die Team-Attack ist eh nicht an. Je. Scheiße. Ich dachte, er fliegt raus, aber nein. Oh, er rennt direkt runter, krass. Alter. Ich mach mich diesmal, ich mach die Facecam diesmal so auf die Hälfte, da seht ihr oben, wie ich lötke. Ich. Hab' mal vorhin nicht g'se. Mhm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Damit geht nicht. Ich bin scheiße gut, Kinder. Aber nur ein bisschen. Super, jetzt erwartet da jemanden. Nice. Immerhin noch einer gepillert, ich. Den Sieg holen wir uns und dann gibt's fett Punkte. Dann sind wir umso schneller im competitive Modus. Komm, ich hol jetzt diese Zeus. Ich hab's doch. Shit. Die hab ich fett gefressen, die Flash. Ich hab sogar im Warenlehnen die Augen zugemacht. Jungen. Ohohohoho, einfach mal hinab. Du hast eine Arbe? Egal, ich hab Granaten gekauft. Hahaha. Uhuhuhuhu. Naja, okay. Das ist ja ultra unsere Runde, Junge. Bruce-Fy. Automatic. Uhuhuhu. Nicht mit mir. Oh Gott, doch mit mir. Scheiß die Wand dann. Oh nein. Fuck, fuck, fuck. Ja, ich hab' mir noch gefistet. Fetus. The Fetus, aber ich hab' fett gefressen. Fuck. Er muss nur eine retten. Ey, verarsch' mich nicht. Was? Ey, verarsch' mich nicht. Ich hab' ihm 60 gegeben nur. Lächerlich. Hab gespielt wie ein Kind. Scheiß, die Wand dann. Matchpoint. Komm schon, ist unserer jetzt. ... ... ... Fett Punkte gemacht. Wie ihr seht geht es langsam voran, bald sind wir Level 2. Bei Level 3 können wir Competitive spielen, jeee Vielen Dank fürs Thema, aber ich habe auf jeden Fall alle Pokémon gewonnen und dann tschau tschau! Bis zum nächsten Mal.